Hey, Internet und ja, oh mein Gott, YouTube! Du hast mich nicht gerettet. Was? Geh ich hier drauf? Irgendjemand muss. Oh, jetzt hast du hier. Entschuldigung. Nein! Ich bin hier weg. Munition. Kein Kold. Jetzt geht der weg, der hier unten. Oh mein Gott! Ja, hier sind Tausende! Wenn nicht, aber Trilliarden. Ja, wir sind Kisten. Ist die Gold? That's the question I really want to know. Halleluja, Gewehrmunition mal wieder gefunden. Ja, beeindruckt. Oh, 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 oh. Lauf, 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 lauf. Na, 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 na. Wir werden hier spielen. Ich muss hier vorbei. Ich kann nicht. Da ist ein grünes Kraut. Hast du alles in einem Vertrauen hier? Du bist überhaupt nicht beschäftigt soping. Was? Das ist das Problem. Vielleicht sollten wir die Blendgranaten einsetzen. Das sollte vielleicht einen Sinn ergeben. Verdammt, ich war jetzt wieder so professionell unterwegs. Ich habe mich gerade schon wieder eine Blendgranate gefunden. Au. Au, ich bin angeschlagen. Au, fuck. Au, shit. Au, Mama. Mir geht es nicht gut. Ich bin glaube ich gleich tot. Ich sollte mich wirklich halten. Genau hier steht. Das war mein Rastpunkt. Ich habe noch einen Schuss. Zuerst kombiniere ich. Und dann benutze ich. Oh, fuck. Ad, 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 ad. Ah, benutzen. Ah, benutzen. Du bist der Mann. Du hast die Waffen. Schieß. Was? Wie? Wo? Ich habe keine Munition mehr. Ja, ohne Momento. Wo bist du? Ich bin ja auch beschäftigt. Und jetzt schieße ich daneben. Und ich muss niesen. Und ich muss niesen. Das wäre einfach nicht. Ich... Jesus! Nein! So! Danke. Achso, der war hinter dir. Sorry. Oh, da liegt Pistolenmunition endlich. Sag mir, wer hinter mir einer ist. Ich sehe gar nichts. Jetzt duckt er sich. Alles ist voll mit irgendwelchen Tieren. Jetzt duckt er sich schon wieder. Oh, 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 oh. Ich habe hier zwei von diesen Viechern. Die sind lauter solche blödsinnige Viecher. Ich komme mal einen hoch zu dir jetzt. Oh, den habe ich von der Dinger runtergeschossen. Exzellentos. Hey, du. Geh weg. Genau. Oh, no, 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 no. Das war ein Treffer. Von mir liegt Pistolenmunition. Von mir liegt Pistolenmunition. Von mir liegt... Oh, no, ich bin gefangen. Oder auch nicht. Einen Schuss hätte ich noch. Maschinengewehr. Nein, eigentlich. Easy going. An deinem Rücken. Was? Also... Okay. Also alle Pettgranaten habe ich schon verbraucht jetzt. Okay, ich brauche dann wieder Gewehrmunition. Bitte. Danke. Aber keine. Unten liegt's Gold. Das hole ich mir. Nein. Das ist die Elektro-Lampe, die ich mit Gold verwechseln habe. Okay. Okay, wir müssen ohnehin drauf. Alles klar. Ist doch kein Problem. Und zwar... hinten ist die Light. Da ist einer mit dem Pfeil. Bist du hinten mir? Bist du hinten mir? Bist du hinten mir? Ja, ich bin oben. Ist einer mit dem Pfeil da oben? Ah, du warst zu weit weg, oder? Ach so. Verdammt. Warte, den hole ich mir. Ich snippel ihn weg. Perfekt. Jetzt ist die Musik auch endlich aus. Ich habe die Musik... Ich habe den Radio. Typ mit dem Soundtrack gewesen. Ja. Ja. Wer... Wer bekommt's? Ja. Die Maschine. Ich brauche Gewehr-Munition. Die Munition. Die Zombies. Ich auch, aber dazu brauche ich Munition. Dankeschön. Echt sehr zuvorkommen. Oh, 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 ich habe was aktiviert. Oh, das war mir vorgegangen. Oh, das war mir vorgegangen. Ach so. Das Tape eingeschalten. Ja. Ja. Ich habe auf den Play-Knopf gedrückt. Musik. Hier unten im Tunnel. Komm. Das schon was sich bewegen sehen. Ja. Oh, die haben Dynamid in der Hand. Oh, shit. Ja, die nicht. Oh, oh. Den nächsten hat er kein Dynamid mehr gehabt. Ah. Nein. Oh mein Gott. Ich bin daneben. Oh, 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 er hat mich erwischt. Oh, ich habe keine Munition mehr. Du musst die Waffe wechseln. Blub, blub, blub. Hier ist die Person. Oh, ich nehme ein grünes, grünes Kraut. Kommst du mit zu mir? No. E-nutzen. Perfekt. Es grün zu grün. Ob, 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 ob. Oh, nein, 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 nein. Dings, kommst du. Ein Explosion, ey. Ah, okay. Mr. Explosion ist tot. Oh, 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 Dynamid. Weg, 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 weg. Vorsicht. Oh. Tja, das war's wohl für Mr. Explosion. Das Gewehr wird es gut langsam bei One-Shot. Auf dem Kopf. Über die normalen Reihen. Oh yeah. It's me. Gewehr-Munition. Ich glaube ich wieder bergauf jetzt, oder? Das ist selbstverständlich. Na unten! Oh, ich muss F drücken. Ne, V. Ne, was muss ich drücken? V! Ich spiel nur noch mit dem Gewehr. Völlig wurscht, was kommt. Noch ordentlich verbessern. Ja, Pistole mal nachladen. Ja, ah, 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 ah. Yes, Gewehr-Munition. Grünes Kraut. Ah, ich bin, kann nix kommen. Auch nix. Ich hab ein grünes Kraut und ein Spray. Very good. Oh. Eins, zwei, drei. Oh shit. So you must be Irving. Wow. Perceptive, aren't ya? You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists. Oh, I'm not like them. I'm a businessman with standards. Drop the weapon. Or, how about you drop yours? Oh shit. Oh, suckus. Shit. Großartig. Es sieht aus, Irving hat einen Partner. Es muss hier sein, was er nicht wollen wir sehen. Was ist das? Schau mal an das. Der Oiled Field? Das ist in den Marshlands. Ist das nur nicht so, oder sieht Irving aus wie Klaus Gensel? Mit kurzen Haaren. Oh, hier ist ein grünes. Oh. Warte erstmal noch mit dem Kombinieren, denke ich mal. Hier sind ziemlich viele Akten. Großartig. Steuerrecht. Was ist das denn? Mit Dragunov. Irgendjemand schießt ja, hört auf damit ich bin... Geh vom Fenster weg. Gib mir mal den. Hier ist noch nis. Drüben ist er. Warte mal kurz. I want to... Dragunov. Super, welches besser? Wo ist er? I will take him out. Du kannst hier bei der Mauer am Fenster in Deckung gehen, ne? Der legt mich am Popo, die... Verzieht aber. Ich kann mich ja kaum... Okay. Moment. Ist das der Unterschied? Was rüsten? Was war denn jetzt? Da kam einer von hinten. Da sind wir hier im Raum. Wow. Also, einer zumindest. Rübe ich um das Geschütze draußen. Ich kümmere mich um den Raum. Äh, Geschütze... Achso, da steht einer im Geschütze. Ja, ja. Mit dem MG. Den müsste man ausschalten. Ja gut, dann mach ich das halt gleich. Erledigt. Echt? Warum nicht gleich? Du zögerst es mal unbezüglich. Achso, da hinten oben ist noch einer. Erledigt. Au, was zum... Der ist im Raum gespawrt. Das glaubst du nicht. Ja, das kannst du mir jetzt alles erzählen. Ich seh ja nix. Achso, wir rennen immer wieder zu dem fucking Geschütz. Oh, das ist kein Problem. Jetzt hab ich daneben geschossen. Wie kann denn das sein? Also. Was machst du mit dem da hinten? Das klingt nicht gesund. Oh mein Gott! Erledige ihn. Oh, hier gibt's Deckung. Ah. Ah, verdammt. Naja. Ich hab sie nicht gebraucht gesetzt. Oh mein Gott. Wer hat denn hier du? Let's me reload, my friend. This is my friend. End. Oh, wo hast du die Windhörers gefunden? Bitte mein? Das Gewehr, was du auf dem Rücken hast? Ich hab gar nix gefunden. Ich weiß überhaupt nicht. Gibt mir die. Gibt mir die Windhörers. Ich weiß nicht, von was du redest. Jetzt lass mich hier spielen. Ich kann sie dir nicht geben. Kein Platz, oder wie? Ich hab die Option nicht geben. Hab ich die Option nehmen? Anfragen hab ich auch nicht. Okay. Wenn du sie ausgerüstet hast. Vielleicht musstest du sie eine andere Waffe auswählen. Dann kannst du sie mir geben. Nee, warte mal. Hast du doch gar nicht. Nee. Hm. Egal. Ich verstehe nicht. Vielleicht? Gehen wir nach unten? Geht die Party? Müssen wir wohl. Ja. Vielleicht kann man sie dann tauschen bei der nächsten Mission oder so. Wenn man sie das in der Tat ablegt und dann irgendwie... Ja, wo? Wie? Also. Vielleicht durch die Tür? Nee. Kannst Gold einsammeln, was da rumliegt? Ich brauch Gewehrmunition schon wieder. Verdammt noch mal. Nicht zu kotzen. Handgranate! Ja. 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 Tja. Zakack. Glaubst du das? Den Mogen. Bis wie Hermannk. Ich bcoat ausglитесь. Da gibt es ja gewehr gets please. Die Diamant! Das ist und fendig. Wie haben wir das? espera als Homong62 aktiviert. Ja. Immer get découv. Ich b comunic. Ich hab nur noch 8 Schuss, I'm not amused. Wir können eh nur die Leute hier rauf. Ah, hier. Oh, danke. Geben die Munition. 6. Nix drin? Hey, wer schießt denn hier? Oh oh. Was soll denn das? Hallo, was soll denn das? Ich hab auch ne Granate jetzt. Ich geh mal hier. Wir müssen hier, genau. Oh, der Weg gibt's. Blinkt irgendwas bei der Leute. Oh, der schießt mit was? Ist das Dynamit? Wer schreit denn hier so? Nach hinter uns? Achso, hier geht's wieder. Müsst er wieder runter jetzt. Woop. Kontrollpunkt. Oh, yes. Das trifft sich gut. Wir sehen uns im nächsten Part. Danke, bis zu sehen. Macht's gut. Tschüss. Wiedersehen. Up. Bis zum Mal. Stop. end vonn... ою... soll... Bis zum nächsten Mal.